Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu den Algorithmen. Heute wollen wir uns tatsächlich mit Bedingungen auseinandersetzen und danach wollen wir uns ein kleines Beispiel angucken, damit das Ganze ein kleines bisschen mehr Gestalt annimmt. Und ich glaube danach habt ihr schon grob verstanden, was eigentlich genau ein Algorithmus tut und warum man die Dinger eigentlich braucht, warum die so geil sind. Und ja, wir wollen jetzt einfach direkt anfangen und zwar mit den Bedingungen. Bedingungen sind etwas, um euren Algorithmus sehr, sehr viel flexibler zu machen. Und zwar könnt ihr zum Beispiel sagen, ich berechne irgendetwas, das heißt zum Beispiel Berechnung a in meinem Fall. Und jetzt habe ich aber drei Möglichkeiten. Und zwar ich überprüfe zum Beispiel, ob irgendwas gilt, also ob eine gewisse Bedingung x erfüllt ist. Zu diesem x komme ich gleich noch. Wir nehmen gleich noch ein Hands-on-Beispiel, keine Sorge. Und wenn x erfüllt ist, also wenn x wirklich gilt, dann berechnen wir b. Ansonsten, falls vielleicht y gilt, falls eine zweite Bedingung gilt, dann berechnen wir b'. Und falls auch y nicht gilt, also falls x und y nicht gelten, ja was machen wir denn dann? Naja, dann machen wir eben die Berechnung b'. Und ja, solche Berechnungen können zum Beispiel, beziehungsweise können wieder alles mathematische sein. Dazu kommen wir gleich noch. Solche Bedingungen, das ist aber relativ interessant. Und zwar, was kann eigentlich eine Bedingung sein? Wir können zum Beispiel irgendeine mathematische Funktion haben, die uns dann, wenn wir 42 reinstecken, 1337 ausgibt. Das heißt, wir überprüfen, wenn wir 42 in diese Funktion reinstecken, wenn da wirklich 1337 rauskommt, dann haben wir zum Beispiel Bedingung x erfüllt. Das heißt, wenn das gegeben ist, dann ist x, dann berechnen wir b. Falls aber zum Beispiel, folgt mir auf Twitter, in einem Satz drin ist, dann machen wir b'. Und vielleicht machen wir dann noch eine Nutzereingabe, die größer ist als 0. Also irgendeine Zahl, die man eingeben muss. Zum Beispiel, wie alt bist du? Wenn da kleiner als 0 ist, naja, dann ist es offensichtlich keine gültige Eingabe, denn niemand kann negativ alt sein, ja. Aber falls da eben dann positiv ist, dann können wir sagen, okay, dein Alter ist gültig. Und jetzt zu dem Beispiel, dann wird es, glaube ich, auch relativ schnell sehr, sehr deutlich, was wir da genau machen. Wir nehmen uns einen Algorithmus und hier sehen wir auch, wie wirklich so ein Algorithmus bei mir dann aussehen wird. Normalerweise schreibt man die Dinger in Pseudocode. Das wollen wir hier nicht machen. Wir wollen es so anschaulich wie möglich machen. Und deswegen steht hier jetzt mein Algorithmus. Das Algo ist quasi, da fängt mein Algorithmus an. Und ich nenne diesen Algorithmus, sortiere zwei Werte. Das ist der Name von meinem Algorithmus. Und der bekommt natürlich zwei Werte, einmal Wert A und Wert B. Und der soll mir jetzt zuerst den Großen und dann den Kleinen ausgeben oder umgekehrt. Und dann habe ich quasi mein Ergebnis. Das ist mein Algorithmus. Jetzt kann man das ja in einfacher Mathematik nicht wirklich ausdrücken. Man hat, okay, man kann es ausdrücken, aber es ist zumindest nicht ohne weiteres so richtig möglich. Und vor allem, wenn es dann beliebig viele Werte werden, dann kann die Mathematik da schon nicht mehr viel machen. Dann müssen wir Informatikerin, ja. Das ist ein kleiner Scherz gegenüber den Mathematikern. Nehmt es mir nicht zu übel. Ähm, aber genau. Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Okay, wir haben also zwei Optionen. Das heißt, wir brauchen eine Bedingung. Und zwar haben wir einmal die Möglichkeit, dass natürlich Wert A kleiner ist als Wert B. Denn wir können ja diesen Algorithmus zum Beispiel sortieren lassen, 42 und 1337. Dann ist offensichtlich A, was ja 42 ist, kleiner als B, was 1337 ist. Und dementsprechend wäre diese Bedingung 1 erfüllt. Das heißt, A oder Wert A ist kleiner als Wert B. So, das bedeutet, wir haben zwei Variablen, die wir zuweisen und die speichern das einfach für uns zwischen. Ihr könnt euch das vorstellen, wie bei einer mathematischen Funktion das X und das Y zum Beispiel. Hier nehmen wir einfach den Namen klein und groß, weil, ja, wir Informatiker haben gerne aussagekräftige Namen oder haben gerne Spaß mit Namen. Wir hätten sie auch Hans und Peter nennen können. aber das ist ein anderes Thema. Okay, das heißt offensichtlich, da A ja kleiner ist als B, nennen wir, oder packen wir den Wert A in klein rein, also in diese Variable klein. Und Wert B schreiben wir in groß rein, denn offensichtlich ist ja B der größere von den beiden Werten. So, unser zweiter Fall ist allerdings natürlich, wenn A größer oder gleich groß wie Wert B ist. Achtung hier, das größer gleich ist wichtig, denn ansonsten habt ihr keinen definierten Fall für den, für den Fall, dass eben A und B beides gleich groß ist. Also wenn ihr A auf 42 habt und B auch auf 42 habt, ja, dann habt ihr ein Problem, ne? Ähm, deswegen müsst ihr hier ein größer gleich schreiben, ist aber egal, ob ihr jetzt hier das größer gleich auf der linken Seite habt oder auf der rechten Seite das größer gleich habt, denn beides Mal ist, passiert im Endeffekt dasselbe. Und zwar weisen wir, falls A größer oder gleich groß wie B ist, den Wert klein auf B zu. Also wir nehmen quasi das, was B drin steht, also zum Beispiel 42 und schreiben das in die Variable klein rein und das, was in A drin steht, schreiben wir in groß rein. Wir merken uns quasi einfach, was da drin waren für Werte und können darauf später wieder zurückgreifen. Und dann geben wir das Ganze zurück. Das heißt, wir sagen hier, Ergebnis ist klein und groß und damit haben wir zuerst den kleinen Wert ausgegeben und dann den großen Wert ausgegeben und damit haben wir die beiden Werte sortiert, denn wir geben immer zuerst den kleineren Wert raus und danach den größeren Wert. Egal, ob jetzt A der kleinere Wert ist oder B der kleinere Wert, das ist völlig egal, denn wir haben einen Algorithmus hier geschrieben, der uns diese beiden Werte sortiert. Wir geben zuerst den kleineren aus, falls das B ist, dann haben wir diesen Pfad hier auf der rechten Seite, falls der kleinere Wert A ist, gehen wir halt den Pfad auf der linken Seite. Und beide Fälle führen dann zu demselben Ergebnis, wir geben nämlich zuerst klein und dann groß aus und dann sind wir fertig. Ja, und das ist tatsächlich jetzt ein Algorithmus. Jetzt, wie wird so ein Algorithmus verwendet? Dieses Wert A, Wert B, das ist ein bisschen abstrakt und das ist ja das Tolle an einem Algorithmus. Er ist wie eine mathematische Funktion, in die ihr beliebige Werte reinstecken könnt. Das heißt, stellt euch das Ganze als f von x vor, ja, oder f von xy, dass ihr da mehrere Werte einfach reinstecken könnt und ihr bekommt unten euer Ergebnis wieder raus. So könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Und wenn wir jetzt diesen Algorithmus sortiere zwei Werte aufrufen, ja, dann müssen wir ja logischerweise auch zwei Werte reingeben, wie ich ja schon gesagt habe, nämlich die 42 und die 1337 in meinem Beispiel. Ihr könnt da aber jeden beliebigen Wert reingeben. Also der Algorithmus funktioniert auch mit 0 und 2 oder mit 2 und 0 oder mit minus 5 und 30 oder, ja, mit 180 und 270. Kann man machen, was man möchte. Der Algorithmus sortiert euch immer beide Werte und gibt zuerst den kleinen aus und den großen. Es gibt kein richtig oder falsch bei Algorithmen direkt. Es kommt eigentlich nur aufs Ergebnis drauf an und dass man versteht, was da gemacht wird. Das ist anders, wenn man wirklich den Code dafür schreibt. Bei einem Code muss man auch darauf achten, wie der programmiert wird und muss auf sehr, sehr viele Dinge achten. Bei einem Algorithmus geht es nur darum, dass euer Gegenüber versteht, was ihr damit aussagen wollt. Und ich glaube, dieser Algorithmus hier, der ist ziemlich eindeutig, was der genau sagen möchte. Der sortiert nämlich diese zwei Werte und das war es auch schon. Ja, und da müsst ihr nicht auf irgendwelche Rechtschreibung oder Groß- und Kleinschreibung achten oder genaue Definitionen oder Keywords oder sonst irgendwas. Da müsst ihr einfach nur aufschreiben, wie das Ganze auszusehen hat und man muss verstehen, was damit gemeint wird. Gut, das war es für dieses Mal auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback habt, immer gerne. Ansonsten lasst mir gerne irgendwie eure Meinung da und schreibt mir vielleicht auch einfach. Und ja, dann versuche ich das natürlich immer einzubauen. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.